151 Pokémon gab es in der ersten Spiele-Generation, doch natürlich sind nicht alle gut, oder man kann sie erst spät fangen, oder sehr schwer fangen. Dementsprechend wird man oftmals dieselben Pokémon benutzen, um die Spiele durchzuspielen. Heute stelle ich euch 5 Kanto-Pokémon vor, die jeder schon mal benutzt hat. Ach ja, und die Schatter-Pokémon habe ich extra nicht mit reingenommen, weil die hat ja wirklich jeder mal benutzt. Ach ja, wer kennt es nicht. Ich starte das erste Mal das Spiel, geht das erste Mal ins hohe Gras und dann kommt dieser Kanto-Rakka. Ja, ich denke Taub, sie hatte jeder mal in seinem Team gehabt. Nicht nur, weil es eines der ersten Pokémon ist, die man fangen kann, sondern auch, weil es neben dem standardisierten Normaltyp auch den Flugtypen hat. Und ich glaube, dass ich da auf jeden aus der Seele spreche, dass man ein Pokémon im Team haben möchte, was die vor allem fliegen kann. Und da aus irgendwelchen nicht erklärbaren Gründen ein Kloak in der ersten Generation nicht fliegen kann, fiel dann wohl die Wahl auf Taubos. Außerdem ist es mit 479 Gesamtstärke auch nicht so schwach, zumindest für es durchspielen. Geschenkte Pokémon sind schon was Tolles. Und Pokémon, die sich in mehrere Formen entwickeln, auch. Alleine schon die Option zu haben, in welches Pokémon er es entwickeln kann, ist auch der Grund, in diesem Video zu landen. Fandiebling Evody muss einfach in die Liste und muss auch fast in jedes Kanto-Pokémon-Team. Elektro, Wasser und Feuer sind einfach gute Typen. Und die Option zu haben, welche von den drei Mann haben kann, ist einfach geil. Und ja, was soll ich sagen, gute Typen dürfen im Team nicht fehlen. Sprich, Blitzer, Aquaner und Flamara sind sehr gute Optionen für das Pokémon-Team. Feuer-Pokémon sind sehr beliebt. In Kanto gab es zwei, wie ich und auch viele andere finden, coole Feuer-Pokémon. In Pokémon Rot und Feuerroob gab es Vulkano zu fangen und in Pokémon Blau und Blattgrün dafür Wulpix. Beide sind starke Begleiter und können viele Gegner mit ihren Feuer-Pokémon einheizen. Beide findet man relativ früh auf Route 7 und haben starke Werte und wie ich finde ein cooles und episches Design. Alleine deswegen dürfen die beiden Feuer-Pokémon in vielen Teams gelandet sein. In den Remax ist Vulkano sogar noch stärker, da es ab Generation 3 Fähigkeiten gibt und Vulkano die Fähigkeit Bedroher hat. Womit er es immer, wenn es den Kampf betritt, den physischen Angriff des Gegners senken kann. Ein klasse Pokémon. Und auch Wulpix mit Feuerfänger ist nice. Apropos geschenkte Pokémon. Nicht nur das super niedliche Evoli bekommt man geschenkt, nein auch ein Labras bekommt man ebenfalls in der Sif-Kompanie, wenn man diese von Team Rocket befreit, geschenkt. Und ich glaube viele fanden, nämlich eingeschlossen, dass Labras sehr stark sei. Und das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Mit 535 Gesamtstärke und der Typenkommission Wasser-Eis hat es viele Antworten auf die verschiedensten Pokémon. Eis hat was gegen Pflanzen-Pokémon, wogegen es mit Wasser im Nachteil ist. Und Wasser hingegen ist effektiv gegen Feuer- und Stein-Pokémon, wo der Eis-Typ im Nachteil ist. Außerdem kann es die Vum-Surfer und hat deswegen wohl in vielen Teams einen sicheren Platz gehabt. Normal-Pokémon sind schwach? Von wegen. Redaktion zeigt, dass es auch anders geht. Mit einer Gesamtstärke von 540 ist Relaxo wohl eines der stärksten Pokémon der Kanto-Region. Der große, dicke Bär ist auch gar nicht so schwer zu bekommen, weswegen ihn viele wohl auch ins Team genommen haben. Denn somit man die Flöte hat, um ihn aufzuwecken, greift er einen an und man kann ihn fangen. Das Gute ist, dass er nicht nur normal attacken kann, sondern man ihn per ATM, Erdbeben und Steinhage beispielsweise erlernen kann. Eine super Alternative, wie ich finde. Und das mit seinem hohen Angriff. Auch defensiv steckt Relaxo einiges ein. Mit seinen vielen KP und gerade seiner Spezialverteidigung kann es den einen oder anderen Gegner die Zähne ausbeißen. Das waren sie auch schon. Die 5 Pokémon, die jeder schon mal in Kanto benutzt hat. Wie steht ihr zu den Pokémon? Habt ihr sie schon oft benutzt? Oder noch gar nicht? Habt ihr andere Pokémon, die ihr immer benutzt? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und schaut das nächste Mal wieder vorbei. Bis dann. Bis dann.